Zum Abschluss der Sendung wird es jetzt nochmal ganz besinnlich mit Realstar und Hobbypianist Aurelien Tuameni. Ganz schön feine Note da vom Franzosen. Da stellt man sich gerade vor, wie Aurelien zur Weihnachtsfeier lädt und eine schöne dreistündige Mozart-Overtüre für seine Teamkollegen zum Besten gibt. Dazu noch Hordoeuvre und Canapé, später dann Schrottwichtel mit Toni und Luca. Ach, die Welt, sie kann doch so schön sein.